Hallo zusammen, ich bin Janos, Informatiker im dritten Lehrjahr bei Energie Wasser Bern. Ich möchte dir meinen Berufsalltag zeigen. Komm doch mal mit! Am besten an meiner Lehre gefällt mir, dass sie sehr vielseitig ist. Als Informatiker hat man immer wieder mit den unterschiedlichen Situationen zu tun. Jeden Tag wird etwas Neues. Auch zu lösen von diversen Problemen ist interessant. Besonders, wenn es darum geht, herauszufinden, warum das Problem auftritt. Das Besondere an meinem Beruf ist, dass es eine gute und vielseitige Ausbildung bietet, die auch die Zukunft hat. Besonders gefällt mir auch noch das gute Arbeitsklima und die praxisnahe Ausbildung. Als Informatiker muss man immer genau und konzentriert arbeiten. Wenn man ungenau arbeitet oder einen Fehler macht, dann kann man oft von vorne anfangen oder sich auf eine lange, geile Suche begeben. Zum Beispiel beim Einrichten des Internetzugangs. Man muss die Nummer der Netzwerktdose merken, die Kabel am richtigen Ort einstecken, denn sonst hat der Kunde keinen Internetzugang. Wird ein Teil von unserem Team. Wenn dir der Einblick als Informatiker gefallen hat und du diesen Beruf lernen möchtest, den Gang für weitere Informationen auf unsere Seite www.ewb.ch.jobs Wird ein Teil von unserem Team und setzt deine Entdeck gemeinsam mit uns ein. Dementsatz